Beim Dealer Prank geht Feuerstein mit dem zweite Count namens Dealer mit I und Doppel-R in eine 8x-Runde in Team Orange und versucht die Leute von vorne bis hinten zu verarschen, indem er sich in den Dealer stellt. Viel Spaß mit dem Video. Mmmh, diese Blöcke. Here we go! Leute ihr wolltet einen Dealer Prank, deswegen gehts erst wieder ab. Ich geh mich direkt in den Dealer stellen, dann erklär ich euch weiteres. So Leute, und zwar hab ich einen Dealer Prank Texture Pack. Ihr seht schon diese geilen Blöcke. Ich meine, hallo. Seht ihr die? Ich meine, was will man da noch sagen? Nein, ich bin Team Gelb. Nein, bin ich dumm. Hä? Ich war doch Team Orange. Komm, 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 komm. Wow. Kurzer Disclaimer Leute, das hier ist nicht, damit die Leute mich nicht hitten können und ich gewinne, sondern das dient lediglich zur Unterhaltung und man sollte es auch nicht so ernst nehmen. Nein! Stevie baut sich. Stevie baut sich. Immer noch. Bitte seid um Steve. Ja, er checkt es nicht. Endlich. Ich liebe dich, Schweifel. Ade. Und tschüss. Jetzt gehts ab, Leute. Jetzt ist er richtig verwirrt. Er denkt sich jetzt so, was? Hä? Was ist denn hier? Ich will eigentlich mal wissen, wie es sich anfühlt, wenn man so heftig geprankt wird. Das ist einfach lustig. Die denken sich dann, hä? Was ist das hier? Aber so ist das Leben. Dann gehen wir hier hin, bauen uns ein bisschen hoch und stompen dann. Achtung. Zack. 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 Nein. Hat mich gesehen. Bam. Nein. Oh mein Gott. Nein. Kann ja nicht sein, Leute. Das kann ja nicht sein. Nein. 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 Du, mein Freund. Du bist tot. Er ist hier. Nein. Er hat's direkt gecheckt, Mann. Er kommt, er kommt, er kommt. Er weiß nicht Bescheid. So, mein Freund. Wie sieht's aus? Mein Bett ist weg. Aber ich kann den Typen besiegen. Nein. Nein. Ja, er weiß es doch. Er weiß es. Sir Stock. Möchtest du aufhören? Meine Runden immer zu zerstören damit, indem du... Immer mir nachjohns, Mann. Ich sehe dich, Dealer. Nein. Nein. Ha. Kämpfen. 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 Nohohoho. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Bitte. Nice. Er checkt's nicht. Er checkt es nicht. Aber jetzt denkt er sich, oh, Mann. Bin ich dumm. Oh, Mann. Bin ich ein Dose. Und ich hole mir jetzt... Nein. Das kann ja nicht sein. Hi. Na, 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 na. Komm doch. Nein. Okay. Bitte. Bitte versteh's nicht. Ja. Ah. Er hat's nicht gecheckt. Jetzt muss ich ihn noch runterkriegen. Scheiße. Scheiße. Flieg doch. Flieg doch, Mann. Hä? Ich war im Cobweb. Hä? Was? Nein. Moment mal, Leute. Platz 11. Okay, ich dachte schon, weil der war Platz 1. Ähm, ja, den kenn ich. Und er weiß ganz genau, ich bin es. Er weiß es ganz genau. Er weiß es ganz genau. Nun, was machen wir jetzt? Black enter, hä? Yo.